hallo heute gibt es ein neues video und zwar habe ich in meinem ebay video gezeigt dass ich mir diese tollen acryl organizer gekauft habe da habe ich wie ihr seht jetzt meinen ganzen mode schmuck drin und diese schubladen die platzen schon aus allen nähten und da möchte ich heute mal etwas aussortieren es gibt in diesen schubladen viele sachen die ich noch nie getragen habe oder ganz selten vertragen und da möchte ich mich heute mal etwas reduzieren dass viele sachen jetzt drin sind bekommt man die schubladen kaum mehr auf und das ist natürlich nicht im sinne des erfinders und die sachen vor allem die halsketten verhaken sich natürlich mit der zeit ineinander und so macht das einfach keinen spaß mehr und da sortiere ich heute aus damit das alles schön übersichtlicher wird und man auch mal wieder sieht was man überhaupt hat und dass man die sachen auch leichter finden kann ich möchte mindestens die hälfte der sachen aussortieren ob mir das gelingt weiß ich nicht ich kann mich manchmal schwer von etwas trennen aber wir werden mal sehen inwieweit ich das schaffe ich werde jetzt einfach mal kurz im prozess machen und diese ganzen schubladen ausleeren damit der organizer leer ist und dann mal sehen was ich auch sortieren kann ihr seht jetzt hier den ganzen schub den ich habe es ist viel schub dabei große statement ketten armbänder und so weiter und da ich wirklich nur einen buchteil von diesen ganzen sachen wirklich trage beginne ich jetzt mit dem aussortieren was ich zum beispiel gar nicht trage sind armbanduhren da werde ich mir wahrscheinlich nur eine davon aufheben und alles was jetzt auf jeden fall schon mal weg kann das werde ich mir hier mal in die ecke legen und bei den sachen bei denen ich mich nicht spontan entscheiden kann lege ich mir auf die andere seite jetzt Bis zum nächsten Mal. So, hier könnt ihr sehen, es ist jetzt schon etwas weniger geworden. Alles, was hier liegt, kommt auf jeden Fall weg. Das ist schon eine ganze Menge, aber noch nicht so viel, wie ich wirklich weghaben möchte. Und ich denke, dass aus diesem Stapel auch noch einiges weg kann. Was ich behalten werde, das werde ich jetzt langsam mal in die Schubladen wieder einräumen, damit ich hier auf dem Tisch etwas mehr Platz bekomme. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es sieht jetzt schon etwas übersichtlicher aus. Ich habe jetzt schon einiges geordnet und vor allem habe ich eine ganze Menge aussortiert. Und was alles weg kann, das seht ihr hier, alles aus einem Stapel. Das ist mindestens die Hälfte, das ist mindestens die Hälfte, denke ich mal, von allem, was ich habe. Und so viel wollte ich auch wegbekommen. Und hier seht ihr schon die Schubladen, wie ich sie eingeräumt habe. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich bin noch nicht ganz fertig, ich habe noch einige Fingerringe, die ich noch einsortieren muss. Und hier weiß ich noch nicht, ob ich diese Teile behalte, die muss ich mal noch anprobieren und sehen, ob mir das überhaupt noch gefällt. Und ein paar Halsketten habe ich hier auch noch liegen, die müssen auch noch eingeräumt werden. Und dann sehen wir mal, wie das Endergebnis aussieht. Endergebnis Ich habe die Sachen jetzt schön geordnet und alles, was ich behalten werde, habe ich schön in die Schubladen einsortiert. Ihr seht, es ist immer noch viel, aber es ist jetzt übersichtlicher geworden und ich sehe auf einen Blick, wo was ist. Und jetzt werde ich die Sachen wieder in den Organizer einräumen. Ich zeige euch auch nachher nochmal die ganze Menge an Schmuck, die ich aussortiert habe. Das ist wirklich eine beachtliche Menge geworden. Ich bin jetzt fertig mit Aussortieren. Ich habe jetzt alles wieder schön eingeräumt und natürlich möchte ich euch auch jetzt das Endergebnis zeigen. Ich habe jetzt die Sachen nur grob geordnet nach Schmuckart, nach Ohrringen, Armbändern und Halsketten. Ich habe es einfach so eingeräumt, je nachdem, wie oft ich was anziehe. Ich habe hier unten in der großen Schublade, jetzt hier einige Halsketten und einige Armbänder. Von dieser Art Armbänder mit Perlen und Steinen habe ich sehr viele aussortiert, weil ich diese nicht mehr so oft trage, aber diese habe ich doch öfters mal noch an und da habe ich die behalten. In dieser Schublade habe ich dann eine einzige Armbanduhr aufgehoben. Die habe ich zwar auch nicht oft an, aber mir gefällt sie sehr gut mit diesen Steinchen außen. Und ja, hier noch einige Armbänder und eigentlich alles Armbänder und zwei Broschen. In der kleinen Schublade habe ich dann Halsketten. Ich habe, ihr werdet es nachher sehen, sehr viele Statement-Halsketten aussortiert mit sehr großen Steinen und Perlen, da ich die momentan jetzt nicht mehr so trage, sondern eher diese feineren Halsketten anhabe. Hier habe ich auch nochmal Halsketten und auf der anderen Seite meine Fingerringe. Hier habe ich dann Ohrringe, und zwar die größeren habe ich hier einzertiert. Hier auch nochmal eine Schublade mit Ohrringen. Was an dieser Box auch sehr gut ist, sind diese schwarzen Matten, die da drin sind. Wenn man da die Schublade auf und zu macht sehr schnell, ihr seht es, da verrutscht gar nichts. Und es bleibt alles schön an seinem Platz und der Schmuck bleibt auch verkratzt am Geschick. Hier im oberen Bereich, da habe ich noch Schminksachen drin, da wäre es sonst ein leeres Fach und ich möchte es natürlich auch nutzen. Ich habe diesen Organizer sonst immer im Bad stehen. Obendrauf habe ich dann nochmal so einen Organizer stehen mit meinen Schminkprodukten. Deshalb sind hier auch Schminksachen drin. Ich habe dieses Video heute mal in meiner Küche gedreht, einfach aus diesem Grund, weil hier bessere Sicht ist. Und in der letzten Schublade, hier oben, habe ich da noch hier in der Ecke viele kleine Stecker drin. Und auch hier eher die kleineren Ohrringe und Halsketten anhemen. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, welche Riesenmenge ich an Schmuck aussortiert habe. Ihr seht, ich habe einiges Doppel gehabt. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Zum Beispiel Armbanduhren, die ich ja eh nicht trage. Und viele dieser Perlenarmbänder habe ich aussortiert. Sämtliche Halsketten, vor allem diese langen Halsketten, die trage ich gar nicht. Die sind eigentlich noch ganz neu. Und dann habe ich ja solche Statementketten aussortiert. Die trage ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt lieber gern diese Feinernarkettchen. Und hier sind auch noch einige Armbänder, die auch eher so Statementarmbänder sind. Und dann habe ich vereinzelt noch ein paar Ohrringe aussortiert. Ich habe jetzt mal spaßhalber nachgezählt. Das sind 55 Artikel, die jetzt weg sind. Und in meinem Schmuckorganizer ist jetzt auch richtig schön viel Platz wieder. Und ich freue mich jetzt, dass alles wieder schön übersichtlich aussieht. Vielleicht habe ich euch ja motiviert, auch mal auszusortieren. Man glaubt manchmal gar nicht, wie viele Sachen, das man zu Hause legen hat, die man eigentlich gar nicht benutzt. Und deshalb sortiere ich auch gelegentlich mal was davon aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ich werde mich freuen, wenn ihr mein Video kommentiert. Oder vielleicht habt ihr auch noch Anregungen. Die könnt ihr mir auch gern in die Kommentare schreiben. Und gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.